Ihr sollt der Gründer der X-Men werden. Charles Xavier. Der Telepath. Was weißt du über mich? Alles, Eric. Und er, sein größter Feind. Hier hast du die Gelegenheit, ein etwas Großartiges teilzuhaben. Töten wird dir keinen Frieden bringen. Friede war nie eine Option. Mega-Blockbuster. John, der gesamte Mensch hat den Krieg erkehlt. Wir müssen ihn aufhalten. Wir sind die Zukunft der menschlichen Rasse. Sie werden uns fürchten. Und diese Furcht wird in Hass umschlagen. Ihr erster Einsatz. In dir steckt so viel mehr, als du ahnst. Wird Geschichte schreiben. Die Free-TV-Premiere. X-Men. Erste Entscheidung. Sonntag, 30. Juni. Pro 7.